Wir kriegen natürlich den mit der 0.41kd Ja das ist ne Mard Was machen wir denn so scheiße? Wir wollen das ausgleichen mit Nukes Das wir vielleicht auch irgendwann mal verlieren Naja wir haben ja schon mal verloren So ihr Schweine alle zu B B ist vor der Disse Lonnert bleibt hinten Ach ihr spawnt doch eh erst in 2 Stunden Nein ich bin ja schon Ja super Läuft gut Läuft gut Ja der ist angehintet bei B Der hat nicht mehr viel Ich seh den bei B gar nicht mal Läuft Ach fuck Ich komme ich komme So Lodern bisschen Dancin Dancin Wuuu Sind dran B wird eingenommen Taktik einstieg wieder reinmachen Nicht Don't save A Ey was für nen Scheiß man Holt mal bitte B wieder Oh Gott Ja die sind alle bei B Jetzt haben sie A Fuck Disco ist raus Noch einer in der Disco Immer noch Trinner Mit der mit seiner fucking Piste Mit der mit seiner fucking Piste Mann Oh das ist mich Arsch Wer hat denn hier weh geblockt Oh mein Gott was ist das schon wieder Scheiß Taktik amassed Hinter dir Hinter dir wer Irgendwann mir gerade entgegen gekommen ist aus dem Boot Ja Ja Da war Da war Mega Alter Dann muss ich halt wirklich so machen Alter Dann müssen wir alles zusammen Sammeln wir dann zusammen Ich hatte B fast Ich war mit dabei aber das bringt jetzt weit nix Ja dann Naja fuck wir sterben aber auch wie die fliegen ey Ich mach jetzt mal so'n Ablenkkommando bei A Oh die zwei sind down los Ich bin hier so squishy so Ihr könnt die dann bei B in der Spitze packen Könnt die jetzt eh kriegen Ah Ja geht doch Ja aber die sind da schon wieder zu zweit Save B Los ihr seid doch alle in der Disse Knallt wir Sie sind noch zwei hier in der Lobby mit hinten drin Warum knallt ihr die nicht mit Hallo Schick ihn auf Kannst doch hau rein das Denk Oh was Meiner Ey das kommt Ich bin dran Wir müssen mal eine Botte Disse schicken Ich geh mal in Botte Disco Boah Kann man ja für schön einfach Leute in dein Zimmer kommen Ich bin in der Disco Ich bin in der Disco Na man Ah fuck der Hoden ist immer noch da drinnen Komm das müssen wir holen Ey warum Der hat mit seiner scheiß 50 Schussmasse Die shit ist down Alter 6 zu 12 Krieg ich da auch schon wieder nen Koller Komm los Weit ran So wir sind hier zu zweit Ich Ach komm nicht hin Boah ey jetzt mit MG alter Ich spawne auch immer noch Oh was Oh man Oh Netter Rotbär Oh was Oh Gott da kommt dann einfach die ganze Mannschaft aus dem scheiß Haus Ich hab telefonisch an Ne Es ist gestickt Bei uns um C aus ist einer Den hab ich aber jetzt Den hab ich aber jetzt Ja sind nur 20 Punkte Wir müssen dann B haben auf jeden Fall Ja diesmal sind wir eigentlich auch alle da Alter Alter der hat uns grad alle drei gefickt Ja mit seinem Namen mit dem MG Mann alter Lächerlich Ja und von hinten GG das war die erste Runde Alright we lost that round but it's not over yet Dann bin ich hau MG Mann Oh was Ja der hat uns alle drei gefickt Das war auch wieder Point B90 oder? Ja klar Du hast es immer Last Kill ja Hast du den? Ich hab gedacht Sie werden tot nach nach Fuck Er rennt mit der Pumpe schon wieder rum Bitte, bitte B So müssen wir es auch halten Ey diese Pumpe ne Hier geht einfach die ganze Zeit was in die Luft Komm Komm Ich hab B Ich hab B Ja Wir haben B nice Und wieder her Hopp 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 Ey das gibt's noch nicht wie schnell kriegen die das Drecksding Ja die Worte sind dran Ja die Worte sind dran Okay jetzt müssen wir aber Sputen Ich kann immer nur zu B und sterbe Es geht uns allen so Und er sitzt in der scheiß Ecke Hier Mann Ey als ob diese Shotgun so ne riesige Range hat alter Der trifft mich übers halbe Feld Können wir vergessen Können wir schon vergessen Können wir schon vergessen Wo ist das Geschütz? In der Disco? Okay Spike Babbo Ist echt ein Name für Götter Ja Die Scheiße ist kaputt mit Fuck wir hättens fast Toll Und dann geht das Auto in die Luft Ich krieg Ja Aufgestorbenes Auto Kann mir mal jemand sagen ob ich rauskomme Keine Ahnung Hat es doch die C oder? Mh Ey Kann nicht wahr sein Mann Unser Random hat einfach 4 16 Ja ich hab auch 27 mittlerweile Weißt du Okay das können wir vergessen ja Ist vorbei Ich sterbe aber wirklich die ganze Zeit nicht Ich komm nicht mal mehr zu den Gegnern ran Irgendwas killt mich einfach die ganze Zeit Der Bugfisch macht einen auf Weiß ich nicht Jump Style ey Nee Denkt auch er wie ein Kaninchen Was ist das? Die Ruhe von Abschusskills Die letzten 10 Tore locker Oh mei Ja ich joiner wieder oder? Neustart Aber jetzt steht bei C auch nur ein Geschütz Wie schaffen die das? Ja lass sie bitte einfach alle Haben und glücklich sein Und kacken Ja komm Genau Gib's mir Immer her damit Mit Puh Ich weiß gar nicht Wer ist das nicht? Sie rennen doch alle nur mit Tactical Mask Und Flag Jacket rum Du kannst also nichts gegen ihn machen Ja die spielen das schlauer Nö die schmeißen sich ja alle auf B und haben alle Schutz Gegen Granaten Tja das ist in dem Falle doch schlauer Super kill Ja Zeig mal Ja Na die Vielen Dank.